Ich glaube, Muggi hatte den Ball verlängert und dann lag der Ball einfach vor mir. Dann bin ich zum Tor und habe halt drauf geschossen. Da habe ich mich gefreut, dass er drin war. Klar, wir haben gegen Dortmund gespielt. Die hatten natürlich viel Ball besetzt, haben den Ball laufen lassen. Aber ich denke, wir haben gut verschoben. Das war auch unser Ziel, dass wir Dortmund von unserem Tor weghalten. Das haben wir auch oft geschafft. Ein paar Mal sind es so durchgekommen, klar. Aber ich denke, wir haben gut verteidigt und können zufrieden sein. Der ist halt voll drin im Spiel. Der nimmt den Ball, läuft los und macht das, was er am besten kann, ist schnell. Ja, ist dann natürlich auch manchmal steigt er übertrieben ein. Aber wie gesagt, das ist halt einfach sein Spiel. Und ich glaube, das kann man ihm nicht übel nehmen.